also ich habe jetzt mal online nachgeguckt weil es mir im sender geht ich habe hier alles richtig gemacht der punkt ist dass wenn du hier den letzten den letzten raum gemacht hat der rot war also den raum hier hinten machst du fertig und dann bricht hier dieses ganze bilder genügend zusammen dann kommst du hier raus dann löst sich das auch auf aber das bleibt hier das müsste sich auflösen da kommt es bereits 200 speichert wer aber das tut er nicht und die tussi müsste ihn noch umkrebsen tut sie auch nicht sie müsste hier noch umkrebsen dann würde sie dann alles auflösen tut es aber nicht das heißt wir gehen mal ein akumuliert aus dem spiel raus und gehen wir einmal neu rein weil das kann nicht sein es kann einfach nicht sein dass das nicht funktioniert das ist doch das ist ehrlich gesagt haben wir zum kotzen das ist mal ganz 200 tonne kloppen wenn wir in sol aber wenn es den naschenbecher schmeißt also wie gesagt das wird nicht richtig geladen und so komme ich mit dem spiel nicht weiter ich will jetzt nicht viel mit dem das stimmt kapitel wollen machen oder so was letztendlich sagen da habe ich keinen bock darauf genommen wie eine milion wir haben hier ohne ende das hört ja nicht auf ich habe jetzt ehrlich gesagt auch schon gar keinen bock mehr das stimmt also im so die aber haben ja ich ja ja ich weiß es nicht ach, da ist ein Stück Dachpapier da dringend gesehen ach guck mal, ach guck mal, ach jetzt sind sie wieder da wieso? wieso? was ist denn hier? nein! es geht nicht die Bilder sollten nicht da sein die sollten weg sein ich habe es mir online angeguckt, die müssen verschwunden sein das darf nicht wahr sein das gibt es doch nicht das muss so ein Fehler in der Spielmechanik sein das kann doch nicht wahr sein das kann nicht sein das kann nicht wahr sein ich verstehe es nicht, das dürfte nicht da sein das kann nicht sein das kann nicht sein ey, das ist doch ein Fehler die Tür ist doch aufgegangen die scheiß Bilderrahmen dürften nicht da sein die müssen sich aufgelöst haben da ist bei dem Speicherpunkt da ist es schief gegangen aber das darf doch nicht wahr sein die Tür ist doch nicht wahr sein ich habe nicht wie gesagt was richtig überladen der hat du kannst sagen was du willst wird er das der hat das falsch angespeichert du kannst sagen was du willst das ist bei der speicherung irgendwas schief gegangen bin ich so weit nach hinten gegangen ich bin hier zurückgegangen das war es hier noch nicht ja das politische jetzt Nein. Ach, scheiße. Wie weit bin ich denn jetzt zurück? Ach, nee. Zum Kotzen ist es... Ich bin mit dem Körner, die ich sehe. Ich bin mit dem Körnern. Ach, was in der Scheiße? Ach, was in der Scheiße? Mach mir jetzt, mach mir. Oh mein Gott, ey. Ach, mein Gott, ey. Ey, die ganze Scheiße zieht jetzt wieder an Stand-up in Your Zone, ey. You? To create is to reach into chaos, and chaos is darkness. Warm, soft, swarming. He understood it in the end. Will you? I shouldn't... Oh, 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 oh. Ah, to ließe. Oh, oh, oh. jetzt die krise das ganze stück noch mal könnte so kurz so to find greatness to find you must embrace chaos Hilf mir. Such a delicious despair. You can feel it. Why won't you help me? You are a monster. Embrace it. You are mine. There is no one. Is there any one? Is there any one? Is there any one? Is there any one? Ugh. Das sollte ich vergessen. Das geht ja noch los jetzt. Meine Güte, ey. Ja, ja, ja.